Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Kapitel 14 für die Wahrheit lehren, Nummer 9, die Widerspiegelung der Heiligkeit, seit 290 bis 292. Die Sühne macht nicht heilig. Du bist heilig erschaffen worden. Sie überbringt nur die Unheiligkeit der Heiligkeit oder das, was du gemacht hast, dem, was du bist. Die Illusion der Wahrheit oder das Ego, Gott, zu überbringen, ist die einzige Funktion des Heiligen Geistes. Halte das, was du gemacht hast, nicht vom Vater fern, denn es zu verbergen, hat dich die Erkenntnis seiner und deiner selbst gekostet. Die Erkenntnis ist sicher. Wo aber ist deine Sicherheit? Abseits von ihr. Die Zeit zu machen, um sie an die Stelle der Zeitlosigkeit zu setzen, lag in der Entscheidung, nicht zu sein, wie du bist. So wurde die Wahrheit zur Vergangenheit gemacht und die Gegenwart der Illusionen gewidmet. Und die Vergangenheit wurde ebenfalls verändert und zwischen das, was immer war und jetzt geschoben. Die Vergangenheit, an die du dich erinnerst, ist nie gewesen und stellt nur die Verleugnung dessen dar, was immer war. Das Ego, Gott, zu überbringen, heißt nur, den Irrtum der Wahrheit zu überbringen, wo er berichtigt wird, weil er das Gegenteil dessen ist, auf das er trifft. Er wird aufgehoben, weil der Widerspruch nicht mehr bestehen kann. Wie lange kann der Widerspruch bestehen, wenn sich seine Unmöglichkeit deutlich offenbart? Was im Licht verschwindet, das wird nicht angegriffen. Es vergeht einfach, weil es nicht wahr ist. Unterschiedliche Wirklichkeiten sind bedeutungslos, denn die Wirklichkeit muss eins sein. Sie kann sich nicht je nach Zeit, Stimmung oder Zufall ändern. Ihre Unveränderlichkeit ist das, was sie wirklich macht. Das kann nicht aufgehoben werden. Das Aufheben ist für die Unwirklichkeit. Und diese Wirklichkeit wird dir genügen. Bloß dadurch, dass sie das ist, was sie ist, befreit die Wahrheit dich von allem, was sie nicht ist. Die Sühne ist so sanft, dass du ihr nur zu zu flüstern brauchst und ihre ganze Macht wird zu deinem Beistand und zu deiner Unterstützung eilen. Du bist nicht gebrechlich mit Gott an deiner Seite. Doch ohne ihn bist du nichts. Die Sühne bietet dir Gott an. Die Gabe, die du abgelehnt hast, wird von ihm in dir bewahrt. Der Heilige Geist bewahrt sie dort für dich. Gott hat seinen Altar nicht verlassen, obwohl die, die ihn anbeten, andere Götter dort aufgestellt haben. Der Tempel ist nach wie vor heilig, denn die Gegenwart, die in ihm wohnt, ist Heiligkeit. Im Tempel wartet die Heiligkeit still auf die Rückkehr derer, die sie lieben. Die Gegenwart weiß, dass sie zur Reinheit und Gnade wiederkehren werden. Gottes Hult wird sie sanft aufnehmen und ihr ganzes Gefühl von Schmerz und Verlust mit der unsterblichen Zusicherung der Liebe ihres Vaters zudecken. Dort wird die Angst vor dem Tod durch Lebensfreude ersetzt, Denn Gott ist Leben und sie weilen im Leben. Das Leben ist so heilig, wie die Heiligkeit, durch die es erschaffen wurde. Die Gegenwart der Heiligkeit lebt in allem, was lebt. Denn Heiligkeit hat das Leben erschaffen und verlässt nicht, was sie heilig, wie sich selbst erschuf. In dieser Welt kannst du ein makelloser Spiegel werden, in dem die Heiligkeit deines Schöpfers aus dir heraus zu allem ringsum leuchtet. Du kannst den Himmel hier widerspiegeln, doch dürfen keine Spiegelungen von Bildern anderer Götter den Spiegel trüben, der Gottes Widerspiegelung enthalten soll. Die Erde kann entweder Himmel oder Hölle widerspiegeln, Gott oder das Ego. Du brauchst den Spiegel nur rein und klar von allen Bildern verborgener Dunkelheit zu bewahren, die du auf ihn gezeichnet hast. Gott wird von sich aus auf ihn leuchten. Nur seine klare Widerspiegelung kann darauf wahrgenommen werden. Spiegelung sieht man im Licht, in der Dunkelheit sind sie verschleiert und ihre Bedeutung scheint nur in wechselnden Deutungen zu liegen, statt in ihnen selbst. Gottes Widerspiegelung braucht keine Deutung, sie ist klar. Mach nur den Spiegel sauber und niemand kann umhin, die Botschaft zu verstehen, die aus dem hervorleuchtet, was der Spiegel jedem entgegenhält. Es ist die Botschaft, die der Heilige Geist vor den Spiegel hält, der in ihm ist. Er begreift sie, weil er gelehrt wurde, dass er sie braucht, aber er weiß nicht, wohin er schauen soll, um sie zu finden. Lasse sie ihn also in dir sehen und sie mit dir teilen. Könntest du auch nur einen einzigen Augenblick die Heilkraft erfassen, welche die Spiegelung Gottes, die in dir leuchtet, der gesamten Welt zu bringen vermag, dann könntest du es nicht erwarten, den Spiegel deines Geistes zu reinigen, um das Bild der Heiligkeit zu empfangen, das die Welt heilt. Das Bild der Heiligkeit, das in deinem Geiste leuchtet, ist nicht verschleiert und wird sich auch nicht ändern. Seine Bedeutung ist für diejenigen, die es erblicken, nicht verschleiert, denn alle nehmen es als dasselbe wahr. Alle bringen ihre unterschiedlichen Probleme zu seinem heilenden Licht und all ihre Probleme finden dort nur Heilung. Die Antwort der Heiligkeit auf jede Form von Irrtum ist immer gleich. Es gibt keinen Widerspruch in dem, was die Heiligkeit hervorruft. Ihre einzige Antwort ist Heilung, ungeachtet dessen, was ihr überbracht wird. Diejenigen, die gelernt haben, nur Heilung anzubieten, um der Widerspiegelung der Heiligkeit in ihnen willen, sind endlich bereit für den Himmel. Dort ist die Heiligkeit keine Spiegelung, sondern vielmehr der tatsächliche Zustand dessen, was für sie hier nur gespiegelt wurde. Gott ist kein Bild und seine Schöpfung als Teil von ihm enthalten ihn in Wahrheit. Sie spiegeln die Wahrheit nicht nur wieder, denn sie sind die Wahrheit. Vertraue und glaube, das istт психos. Was haben wir wieder die Jön Name ist Schroe plötzlich eine Klappe Und her ist das